Mein Name ist Claudia Fischer, ich bin Talent Manager für Bombardier Transportation und seit acht Jahren im Unternehmen tätig. Wir haben eine langjährige Zusammenarbeit mit der ESCP, auf die wir zurückblicken und seit einigen Jahren eben auch eine Partnerschaft. Und das Besondere für uns an der ESCP ist, dass die Studenten einfach tolle Qualifikationen haben, super internationale Profile, die wir in unserem internationalen Arbeitsumfeld gut gebrauchen können. Wir suchen Studierende besonders in den Bereichen Projektmanagement, in den Bereichen Supply Chain, Logistik, Einkauf, als auch Prozessoptimierung im Produktionsbereich, das Operationsbereich. Wir suchen aber auch Studierende für HR und für Finanzen. Das Besondere ist, dass wir hier so viele Studenten von allen drei oder fünf Campi, wie man es rechnet, zusammen an einem Tag auf einem Campus haben. Also das heißt, für uns ist es halt ganz toll, dass wir vor die Haustür gehen hier in Berlin und die Studenten aus allen Ländern treffen können und direkt eben durch die unterschiedlichen Veranstaltungen innerhalb des Recruiting Days in verschiedenen Situationen kennenlernen können. Wir sind heute bislang sehr zufrieden. Wir hatten schon ganz tolle Interviews am Vormittag und freuen uns jetzt gleich auf die Career Fair am Nachmittag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.